So ihr Lieben, wir sind jetzt hier auf dem Weinboot. Zu dem Weinboot erzählen wir nachher noch was. Sandra steht hier mit unserem neuen Wein. Sandra, was haben wir denn hier? Beziehungsweise, ja. Ja, hola. Ja, wir haben hier die Selektion ist speziell. Miguel, komm mal rüber her. Mich arbeiten. Komm mal her hier. Zeig mal, was wir tolles kreiert haben. Kann man nicht in Ruhe arbeiten oder was? Hallo. Miguel, kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Angenehm. Hast du das wieder gesehen? Ein Traum. Ja, also das ist Mallorca. Wie ihr seht, hier sind 100.000 Menschen am Feiern und am Saufen. Wir haben 23 Grad heute. Wunder, wunderschön. So, warum sind wir denn jetzt hier, ihr Lieben? Ihr habt hier, ich sehe hier schön auf den Reben, da steht ein Fläschchen Wein. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist eine Selection Special. Heißt ja, eine besondere Selektion für Sandra und für Patik, was ihr jetzt nicht seht. Ja. Und diese Selection Special haben wir nach langem hin und her probieren und so weiter und so fort. Wir haben mehrere Juwes zusammengestellt. Wir haben uns Notizen gemacht. Wir waren mehrere Leute am Tisch. Bis zum Schluss. Hat das gemacht. Dieser wunderbare Wein entstanden ist, gemeinsam mit Dana und Patrik. Ist eine Produktion ausschließlich, betone ausschließlich für Cangoumet. Gibt es nur bei Cangoumet. Genau. Und er hat 50% Cabernet Sauvignon. Dann 25% Maturero. 15% Cayet. Und den Rest? Eine Brise von meinem Lieblings-Repsort de Chiraz. Genau, stimmt. Eine Brise. Eine Brise. Also das ist wie in der Küche, wenn man schön kochen will. Du hast einen Gewürzschrank. Genau. Wir haben den Gewürzschrank maltretiert und daraus ist diese wirklich sensationelle Selektion Spezial für Cangoumet entstanden. Gut, das hört sich ja schon mal sehr lecker an. Wie viele Flaschen, frage ich jetzt euch, ich weiß es natürlich, wie viele Flaschen haben wir denn produziert und wie viele Flaschen haben wir denn jetzt abgefüllt? Die Nummer? 594. 594. Die erste Flasche, die Nummer 1, wird nicht im Verkauf gehen. Nicht geöffnet. Nicht im Verkauf gehen. Nicht geöffnet. Und damit lasst ihr euch was einfallen. Genau. Was ganz Spezielles bei Cangoumet könnt ihr euch mal anschauen. Die erste Flasche Selektion Spezial gibt es nicht im Verkauf. Eventuell machen wir eine Versteigerung. Genau. Schauen wir einfach mal. Genau. Wir haben jetzt 240 Flaschen abgefüllen lassen und beginnen ab sofort mit dem Verkauf der Selektion Spezial. So und jetzt gebt uns doch vielleicht noch einen Daumen hoch auf YouTube oder abonniert unseren Kanal. Danke ihr Lieben, bis zum nächsten Video.